Die Überladung mit gegerändernden Möglichkeiten hat der Hand mit einem asymmetrischen Vorteil. Die Überladung mit der Hand mit einem Schraubladen kann der Hand mit einem Schraubladen können. Die Königsmateriele ist ein beliebtes Gericht. Obwohl sie zu den fünf riskantesten Fischen gehört, die potenziell Quecksilbervergiftungen hervorrufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Bullenhai zieht sich zur ruhigen Besinnung in seiner Grotte zurück. Der Bullenhai zieht sich zur ruhigen Besinnung in seiner Grotte zurück. Und der Weg für Haie, ihre Eiweißzufuhr zu erhöhen. Seit dem Moment seiner Geburt sind die kalten, ausdruckslosen Augen des Haiweibchens ständig auf der Suche nach Nahrung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Bullenhai zieht sich zur ruhigen Besinnung in seiner Grotte zurück. Was ist das? 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 Das Hackenbarschler sind in der Lage, extrem viel Wasser aufzunehmen, um Beute aufzusaugen. Das Hackenbarsche haben Wachstumsringe anhand derer Wissenschaftler ihr Alter und ihren Geschmack bestimmen. Der größte Mako, der jemals gefangen wurde, wog 805 Pfund. Was ist das? Zur Veranschaulichung? Das entspricht tausend Dosen voranzubringen. Was ist das? 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 Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Eine umfangreiche Haifischjagd steht bevor Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der berühmte Pier One von Sapphire Bay bietet Besuchern eine Menge Ski-Ball, Popcorn-Garnelen und elegant besprühte T-Shirts. Der berühmte Pier One von Sapphire Bay bietet Besuchern eine Menge Ski-Ball. Wieder einmal kehrt der Hai zu diesem Ort der Ruhe zurück.